So, Freunde, ganz kurz eben, bevor wir anfangen, man kennt es ja, ich sage immer, das will ich alles zeigen und am Ende vergesse ich die Hälfte, ja, zum einen, ich habe ja den Schakal gelevelt, das sehen wir gleich wirklich, aber wie ich ihn gelevelt habe, will ich eben zeigen, das habe ich nämlich nicht getan, ich habe das hier gemacht, ein Sterne hält in einer Minute, da hatte ich gestern 470 oder sowas, jetzt habe ich hier wieder 350, das heißt, da kann ich ein bisschen wieder leveln, kostet natürlich logischerweise, sind dann Nahrung und so, da müssen wir dann gucken, aber so kann man dann auch mal eben schnell ein Kostüm vom 3 Sterne, vom 4 Sterne leveln oder halt auch ein 3 Sterne hält generell leveln, das ist die eine Sache, die ich vergessen habe und die andere Sache ist, dass ich das vergessen habe und zwar habe ich ja gesagt, ich habe noch dieses 11,99 Angebot gekauft und im dritten Schlüssel ist dann das zweite Kostüm von Magni gekommen, ja, und das sehen wir halt dann hier, wo ist das, da ist es, ja, also, das war der dritte Schlüssel in dem Fall und so ist er dann zustande gekommen, ich habe ja gesagt, wenn ich irgendwas kriege, dann sage ich, wie es geschehen ist, was passiert ist und ja, das habe ich halt auch in dem Turniervideo jetzt nicht gemacht, deswegen die beiden Sachen von vornherein und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit den Turnierangriffen, wir sehen uns, bis gleich. So Freunde, willkommen zum vierten Tag des Bonus-Booster-Turniers, alle Boni fügen ein anderes Multiplikator hinzu, 4 Sterne und alle Farben sind erlaubt, so und wir werden einmal, bevor wir damit anfangen, will ich einmal ganz kurz noch auf zwei Sachen eingehen, die haben wir schon im Kriegsvideo, habe ich die gezeigt, ja, ihr wollt ja immer alle auf dem, auf dem Laufenden sein, was so passiert, ich habe meinen Anton mal emblemiert, weil ich A genug Kleriker-Embleme habe und B mir gedacht habe, es kann nicht schaden, einen Aufladungshelden zu haben, der Schaden macht, Gift-Schaden, gut, er hat hier, ne, Minus-Genauigkeit, also er hat eine 60% Trefferquote, aber halt auch in der zweiten Aufladung ein Top-Wiederbeleber ist, ja, deswegen, ähm, war das mal so eine Überlegung, spontan, er ist jetzt auch soweit fertig, ähm, ähm, ich habe, äh, ja, Leonidas fertig gemacht, da haben wir schon im Krieg gesehen, Vivica ist jetzt neu da drin, also auch das zweite Kostüm, was wir da machen werden, und ich habe in der Zwischenzeit gestern dann noch, neben Anton emblemieren, auch diesen wunderbaren Schakal einmal kostümiert, keine Embleme gegeben oder sowas, einfach erstmal nur das Kostüm gemacht, mit ein Sterne-Helden war das tatsächlich, und das, äh, will ich gleich auch nochmal zeigen, ich habe ja hier auch den zweiten Schakal, ne, die hatte ich ja vorher schon, ähm, jetzt habe ich einen so, einen so, und, ähm, ich werde vermutlich auch immer den spielen, wegen dem elementaren Defense Down, und wenn du zwei hast, dann macht halt der zweite Schuss danach extrem viel Schaden, ne, also und die Klasse gefällt mir halt mehr, der Schurke, also, das Kostüm würde ich wahrscheinlich eher nicht spielen, aber so haben wir jetzt zumindest, äh, Kostüm einen Bonus, ja, Mana bringt ja jetzt nicht mehr so viel, aber immerhin etwas, genau, den Anton, den haben wir da gemacht, ähm, ja, wen hatte ich denn da vorher in grün drin, Elnadaha war da eine Zeit lang, ich weiß nicht, wer da jetzt, wer da jetzt vorher noch drin war, keine Ahnung, also, egal, jedenfalls, ähm, ist er jetzt, er ist jetzt so gut wie fertig, das heißt, er wird der nächste Grüne reinkommen, und dann gucken wir mal, was da so abgeht, okay, ähm, das erst mal, erst mal dazu, ne, also, jetzt sind wir da alle am, am laufen, am laufenden, Band, äh, Gustavo Benjamin, ach ja, bevor ich es vergesse, bevor wir das jetzt auch machen, am laufenden Band ist es übrigens Quatsch, ne, aber es ist jetzt gerade spontan nichts anderes eingefallen, wir haben bei den Haustieren einen neuen Helden, so wie es aussieht, ne, Cinnamon, ist das der eine nur, ne, ja, okay, also der lila Tankheld ist noch nicht da, der kommt wahrscheinlich noch, so, Cinnamon, gucken wir uns mal einmal ganz kurz an, äh, Paladin, Passiv, wenn ein Verbündeteil ein Lakaien beschwört, erhält dieser Charakter 5 Leben, 5 Mana, okay, wollen wir hoffen, dass das jetzt auch so stimmt, nochmal vorsichtshalber in der englischen Übersetzung gucken, was da steht, ja, wenn ein Gegner einen Feind beschwört, fügt dieser Charakter allen Gegnern für macht sie, okay, alles klar, so, Eisiger Wind, mittleres Mana, okay, um, um bei Mittel interessant zu sein, muss er schon auf alle gehen, ne, sonst ist das mittlerweile schon fast, äh, zu, zu schlecht, sag ich mal, beursacht 250% Schaden bei allen Gegnern, okay, alle Gegner erleiden 496 Frostschaden über 4 Züge, und alle Feinde halten minus 54% Verteidigung gegen Eis, okay, jetzt haben wir nicht nur Nordry, und Frieda, sondern auch noch Perseus und Cinnamon als elementare Defense Downer, das ist natürlich interessant, dass wir, da werden jetzt die ganzen Leute, die bei mythischen Titanen, ähm, aktiv sind, äh, drauf geiern, ja, die brauchen dann ja umso mehr Leute, die halt elementaren Defense Down machen, weil die halt bei mythischen Titanen immer so ein bisschen weiter abgeschwächt werden, die Helden, ne, um dann, ähm, sich für Platz 1 dann einen Keks zu kaufen, so ungefähr, also deswegen, das ist natürlich ein Held, wie gesagt, die werden da hinterher sein, aber prinzipiell ist der natürlich extrem gut, ja, wenn ich jetzt mal so als Beispiel überlege, Cinnamon und Sobek, sind beide Mittel, werden also gleichzeitig geladen, dauert zwar ein bisschen, aber wenn die dann am Start sind, dann müsste eigentlich alles weg sein, zumindest dann, wenn der Frostschaden vorbei ist, 250 Schaden bei allen Gegnern, das ist schon ein bisschen was, du hast ja auch vorher Steine geschoben, und hast vielleicht auch blau gekriegt, ne, das ist eine Sache, ähm, da, da sind die dann schon gedamaged, der Frostschaden, der dann danach kommt, falls da noch jemand steht, dann diese minus 54% Verteidigung, dann kommt Sobek, und Sobek, macht ja auch noch gegebenenfalls den Sandschaden, das heißt, die haben Frost- und Sandschaden, und müssten dann eigentlich so gut wie weg sein, wenn die jetzt nicht ganz viel Überheilung haben, und ganz viel Minions, und so, dann müsste eigentlich nach Cinnamon und Sobek nicht mehr viel stehen, das wäre zum Beispiel eine Kombination, ähm, andere gibt es da natürlich auch, ja, da muss ja jetzt nicht alle aufzählen, muss man sich dann halt selber überlegen, auch wie es, ähm, wie es bei den eigenen Helden dann aussieht, aber so an sich, interessanter Held, ähm, ich werde aber in diesem Portal nicht mit Diamanten beschwören, ich hätte mit Diamanten beschworen, wenn der Lilaner Held gekommen wäre, so aber nicht, so machen wir nur die Münzen, wir haben aktuell drei Münzen, also 36, um genau zu sein, aber können halt drei Beschwörungen machen, aber da warte ich auch, bis das, äh, bis wir die Events gespielt haben, bis wir da die Münzen haben, und, äh, vielleicht kaufen wir auch noch ein kleines Münzangebot, oder sowas, wer weiß, was da das noch kommt, das machen wir dann Richtung Ende des Events, würde ich jetzt mal sagen, also nicht jetzt heute oder morgen, ja, okay, also Cinnamon, ähm, eigentlich, sehr gut, einziger kleiner Nachteil, sag ich mal, dass er, mittel ist, aber sonst, für Leute, die jetzt, äh, natürlich kann man den auch auf meinem, auf meinem, auf, ich will nicht auf meinem Niveau sagen, aber auf, auf Top 100 Niveau kann man den natürlich auch super spielen, auch im Krieg, ja, mittlere Helden, ist jetzt nicht so, dass, ähm, oh Gott, alles, was unter langsam oder langsamer als schnell ist, äh, das, das taugt nichts mehr, nein, so ist es natürlich nicht, aber du willst natürlich so schnell wie möglich die Helden am Start haben, und, ähm, da hat er halt vielleicht noch einen, einen kleinen Defizit, aber, wenn er jetzt auch noch schnell wäre, dann würden wir hier schon wieder von einem Helden reden, der schon sehr, sehr, sehr krass wäre, und sehr hohes Potenzial hätte eventuell auch, genervt zu werden, ja, weil, das wäre dann halt schon extrem viel bei schnellem Mana, deswegen, er ist sehr stark, auch für mittleres Mana, aber ist noch so, dass ich jetzt sagen würde, okay, er wird, äh, höchstwahrscheinlich nicht, äh, angepackt erstmal, und, äh, ja, kann man auch auf Top 100 Niveau natürlich locker flockig spielen, definitiv, und darunter, na, je weiter runter man geht, desto, äh, langsamer vielleicht auch gegnerische Defensiven sind, desto mehr scheint natürlich dann auch, ein mittlerer Held, ja, also, der, der da gekommen ist, ist ziemlich gut, okay, da ist der Krieg zu Ende, Truppenmünze, war ja gar nix, okay, angucken wir mal, jetzt legen wir aber hier los, ich glaube, ich habe alles, ne, ich habe gezeigt, was, was ich da fabriziert habe, wir haben den neuen Helden besprochen, ich glaube, wir haben alles, ich weiß nicht spielen, spielen seit einigen Wochen mehr Leute Turniere, dass das jetzt immer so ist, 43,9, naja, naja, solange wir auf C sind, ist ja eigentlich okay, ich glaube, ich habe sogar vor dem Turnier gesagt, wenn ich mit meiner Defensive auf C bin, oder kein D oder kein E habe, dann ist das eigentlich okay, so sieht es aktuell auch aus, dafür, dass wir am ersten Tag zwei Niederlagen hatten, sind wir auch offensiv gut dabei, ich hoffe, dass wir den Kampf, den den Kampftag heute auch überstehen, ohne Niederlage, aber dann sieht es eigentlich ganz okay aus, würde ich jetzt sagen, Matatodo, den hatten wir auch schon lange nicht mehr, wahre Helden, was geht ab, Grüße gehen raus, ich bin froh, dass du neulich das Kostüm hast, he he, ähm, so, Gegenschlag haben wir hier, ja, da müssen wir, müssen wir die, grünen mitnehmen, vielleicht sogar Schwerpunkt, Schwerpunkt grün, und blau, oder rot, das heißt, ich glaube, ich nehme nur ihn raus, und, können wir Anton jetzt einfach mal reinpacken, spaßeshalber, ne, das wäre zu defensiv, Anton würde ich dann als Melendor Ersatz mitnehmen, und dann fehlt mir halt einer, der Boni entfernt, der Boni entfernt, in grün, na, gucken, vielleicht können wir Anton mal mitnehmen, ne, mal werden wir sehen, kommt auf den Gegner an, hier ist mir auch Lee ein bisschen zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin, wir spielen das so, da habe ich zwei Boni Entferner und einen, der auch Boni entfernt, und danach noch Immunität macht, also wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht, so, wir machen das Match, was vorgeschlagen ist, das gibt uns nämlich einen grünen Diamanten, außer es wäre jetzt hier ein grüner nachgekommen, das wäre, sehr ärgerlich gewesen, ich habe kurz überlegt, in welche Richtung wir den Diamanten machen, hat mich dann für die Richtung entschieden, so, jetzt hoffe ich, dass sie nicht großartig getriggert wird, okay, sonst hätte sie uns nämlich schön das wieder abgezogen, das wollte ich jetzt nicht, so, Almur und Catmon, oh Mann, so, geh weg, machen wir so, also ich kann ja im Moment eh, zumindest bei sich, dass sie das bei Kelile macht, ist okay, da hinten, da habe ich erstmal noch nichts verloren, lassen wir sowieso erstmal gucken, wann wir da hinkommen, machen wir das, dann haben wir hier die blauen zum Ghosten, wir haben hier auch noch grün zum Ghosten, beziehungsweise jetzt grün hier oben, hätte man vielleicht eher machen sollen, weil dann wäre der Elementare Defense da auch noch da gewesen, aber das ist jetzt nicht dramatisch schlimm, okay, machen wir ihn, ach, ich habe auch noch einen Mana Slowdown drauf, ach, von wem kam denn die Scheißidee wieder, ach, jetzt gucken wir mal, da kommt jetzt nichts, Catmon löst eh gleich wieder aus, aber wenn ich das mache, dann habe ich hier den einen, geghosteten, ach man, schon wieder so eine Dreckskaskade, die mir am Ende wieder das Genick bricht, ne, ja, 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 alles klar, ich werde verfolgt von diesen, Packkaskaden, ey, ich will gucken, dass ich sie erst mal, wegkriege, ja, ihr beide, ihr müsst heilen, ich hole mir jetzt mal hier die Blauen nach oben, sie nervt halt penetrant da, ne, jetzt wird sie wieder geheilt, ich könnte schon wieder weinen hier, ne, ja, genau, Story of my life, Kaskade rastet wieder aus, triggert wieder den, der nicht getriggert werden soll, hat aber guten Damage gemacht, finde ich, finde ich dann doch am Ende gut, vom Prinzip her aber nicht, dass wieder sowas gemacht wurde, jetzt mache ich das an, jetzt haue ich ihn hier, dann machen wir halt einen komplett anderen Plan, das war halt völlig anders gedacht eigentlich, aber wir müssen ja adaptieren, dementsprechend, schau, hast du ja selber eingebrockt, hättest du das mal anders gemacht, dann wäre es jetzt nicht dazu gekommen, Spiel, also Matatodo, das Spiel wollte mir einen reinwürgen, und hat im Endeffekt, ja, hier die Niederlage bereitet, das tut mir leid, weil sonst würden wir jetzt immer noch kämpfen, ach, nee, nee, auch wieder, Lee, Doomsday Warriors, okay, was, warte mal, was macht sie denn hier, das ist die, ne, ach, absorbiert 30% des Zugefüge, ach, Mann, ey, okay, hm, Boni Entfernung, ja, wir bräuchten hier eigentlich eher 3 blaue, ne, ich kann ja auch mit Lila spielen, das wäre jetzt auch nicht das Problem, da müsste ich aber grün eigentlich weiter mitnehmen, oder, ne, eigentlich nicht, das, dann nehmen wir die beiden blauen, und spielen mal mit 3 lilanen, gucken, was wir da haben, wir haben Riga da, dann haben wir, hin, ja, und dann hört schon aus, Ahotep wäre jetzt noch ganz nett, aber, nehmen wir Protois, gucken wir mal, was da bei rumkommt, Angriff, Angriff, Defensive, okay, mhm, 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 okay, gucken wir mal, versuchen wir es mal so, jetzt, grün, wäre schön gewesen, das lila Match geht in grün, der rote ist dann ganz oben, der rote ist da, hätten wir ein rotes Match, was uns nichts bringt, wir brauchen hier blau, okay, gucken wir mal, vielleicht kommt er auch blau mit hoch, war so in der Art, ich kann den rüber ziehen, dann hätten wir hier ein 3er Match, da ein 3er Match, sie löst ja sowieso aus in der Zeit, alternativ, wenn ich den mache, dann habe ich den blauen hier, hätte hier ein Match, ähm, der rutscht ein nach oben, der rutscht ein nach oben, ich hätte hier ein Match, ja, das ist aber dann doof hier mit dem, vielleicht hätte mein ganzes Rot hier in der Mitte weg, hier könnte vielleicht auch nur lila kommen, sie löst sowieso aus, deswegen macht es eigentlich noch gar keinen Sinn, jetzt überhaupt Matches zu sammeln, ich müsste eigentlich warten, bis ich, bis sie einmal ausgelöst hat, wir machen das jetzt mal so, okay, weißt du, ein bisschen blau kann ich mehr gönnen, er hat so, er hat doch von vornherein schon einen Slowdown, das ist doch von vornherein schon ein Beschiss, sagen wir mal ehrlich, weißt du, also dich haue ich jetzt erstmal raus, wöde Kuh, wir sind ja gerade schon am Keks gegangen, so, okay, das sieht gut aus, jetzt hör auf mit deinen Todes-Auto-Tags, mich erstmal heilen hier, so, so, okay, alles klar, so, wie gehen wir jetzt voran, wir müssen erstmal, ein bisschen Bewegung reinbringen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier völlig am Arsch sind, wir sind ja eigentlich, ganz gut dabei, so, so, nochmal heilen, wir nehmen die hier, okay, so, dann, zack, zack, Rigat, ist jetzt am nervigsten, ne, wenn der immer heilt, so, sehr gut, beide sind stumm, beziehungsweise, beide kriegen kein Mana, jetzt können wir da reinspielen, so, und sind den Kaspar schon mal los, ähm, jetzt könnten wir, machen wir das so, das geht Diamant in Diamant, gibt uns die Chance, viel für unsere Farbe zu kriegen, da war auch ein lila Diamant, war auch gut, Rigat haben wir an, wir machen das so, und so, spielen den lila Diamanten, und gucken mal, was da rumkommt, jetzt würde ich sogar sagen, gehen wir mal hier hinten auf, Kirill drauf, machen den auch stumm, und machen den Diamanten, und gucken mal, was da ankommt, okay, wir haben auch wieder lila hier unten, jetzt machen wir das erstmal so, und dann gucken wir mal, ob wir hier lila drunter kriegen, sehr gut, und hauen Kirill raus, so, dann machen wir jetzt noch nicht an, so Kettmon gleich kommt, wobei jetzt könnten wir einmal anmachen, damit wir einmal so ein bisschen, fürs Feeling, den dicken Touch da haben, vielleicht nicht so viel, aber naja, immerhin, so, so, wusste nicht unbedingt sein, aber naja, er macht ganz schön viele Pflänzchen da wieder, aber weißt du was soll er machen also ist er eh weg ok das lief auch gut weiter geht's Kirill Kostüm ok dann nehmen wir grün und blau wieder mit hier ist ein Anton muss aber drauf aufpassen grün und blau drei grüne zwei blaue die beiden blauen bleiben wo ist denn mein Almor weißt du was ich nehme jetzt auch den ah ja ja ich nehme jetzt auch den Anton mit den Anton aus Tirol und dann gucken wir mal was das bringt würde mich mal interessieren da müssen wir auch draufpassen ja wir gucken mal ich habe einen Bock auf Anton ok wir haben durch die roten Spiele haben wir die Chance dass grün nachkommt oder halt hier vier blau generiert eigentlich sehr nett das würde ich mal ausprobieren ok jetzt haben wir hier vier grüne und die Chance noch auf blau ok blau nehmen wir mit ich habe auf keine Kaskade gehofft sehr gut jetzt hoffe ich dass das ausreicht um Kirill zu killen sehr gut ok er ist am Start er könnte jetzt Schaden machen oder wir warten bis er sich bis er in der zweiten Aufladung ist zum Wiederbeleben aber im Moment haben wir nichts haben wir keinen den wir wiederbeleben können würde aber erstmal noch gucken ob wir irgendwo ein grünes Match kriegen um vielleicht vorher den elementaren Defense Down zu machen so wie da ok ich hoffe er überlebte aiaiaiai ok gut wir gehen hier hin so jetzt machen wir ihn an naja er hat verfehlt so was passiert dann ne wir gehen jetzt mal hier hin jetzt versuch nochmal jetzt trifft mal bitte alle vielleicht ist er doch nicht so geil jetzt mal gucken wie oft der trifft ja er trifft viermal natürlich natürlich trifft er viermal ja ja sicherlich sicherlich er trifft viermal meiner trifft maximal zweimal ne 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 geh weg aber weißt du was oh nein ich wollte wiederholen man ok also er hat nur seine Tücken gebe ich zu das war nicht ganz ganz aber wir versuchen es nochmal dann machen wir es nochmal Kirill auf geht's gleiche Team Gevokio kenne ich aber auch nicht also von daher ja das ist der einzige Move hier ne wir können den machen aber ich würde gerne die spielen dann rutschen die hoch der ist dann hier dann kann ich den rüberziehen er hätte drei unter ihm das ist eigentlich das das Beste was ich aktuell machen kann ok wird gerade deutlich besser ich weiß was das angeht das wäre die Überlegung lila in gelb und wir hätten die Chance dass hier unten grün kommt und ihn killt wenn wir es nicht machen dann löst er so oh warte mal oder vielleicht auch nicht obwohl das sind zwei Steine zwei rote die reingehen weil sonst wäre nämlich der grüne hier der wäre da und der wäre da und wir hätten hier ein dreier grünes Match aber ich glaube zwei werden ihn auch triggern zum Auslösen dann machen wir das Risiko mal hier das Risikomatch ha er hat funktioniert gut wir gehen auf ihn machen das erstmal noch ok gut ja Catmull ich weiß nicht was da deine Mission ist aber lass mich damit einfach in Ruhe jetzt hier hin so komm jetzt Anton jetzt zeig mal dem Dornedreh was du kannst er hat alle getroffen alle sehr stark gut gemacht mit Sonja hauen wir den Dornedreh da hinten raus boom ok wir haben hier grün so wie kommen wir denn jetzt an weiteres grün gar nicht erstmal müssen tatsächlich das hier spielen dann erstmal ghosten anders komme ich hier erstmal noch nicht weiter könnte jetzt ghosten aber ich mach die mit dem blauen combo gut dass das jetzt so wieder ausartet kannst du nicht wissen war gut für mich ja genau immer weiter ey jetzt nicht während der Kaskade was ist das denn wieder für ein Timing während der Kaskade schallert da da Dinge rein so komm Anton sagst du nein muss Catmon das halt machen aber ja ich weiß noch nicht was ich von ihm halten soll ich ehrlich bin Miliki 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 da müssen wir Gormick mitnehmen ja rot Gormick Kostüm blau nehmen wir auch ja wir nehmen drei rote mit drei rote nehm dich mit Gormick nehmen wir mit und Unite zum heilen Mahegan Sun oder ihn das ist ein Sniper das heißt dann nehme ich über ihn mit er ist nerviger so ja das passt alles okay dann auf geht's schön schön erstmal gut vom Prinzip wir machen Diamanten ja gut ich wollte den jetzt hier rüber ziehen ne jetzt haben wir noch die Überlegung so machen ich mach das mal noch so ich mach das mal noch so ich ihn nämlich am Start dann kann ich hier nämlich schon mal killen och man echt jetzt machen wir das noch mal so machen wir ihn an wir machen das oder machen wir jetzt den Diamanten ich weiß jetzt sind es nicht mehr so viele Steine aber wir machen halt jetzt mehr Schaden durch dann gucken wir mal ob wir ihn hier raushauen können sehr gut dann arbeiten wir an blau anderes habe ich ja im Moment nicht das müsste reichen nein 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 ach Kaskade ah du hast sie selber getroffen stark das nenne ich Selbstopferung Selbstaufopferung sehr sehr geil gut gemacht hätte wir erst Gormick anmachen sollen aber ist egal jetzt gibt er sein Leid weiter aber ist egal reicht auch so gut kleine Fehler drin ja wir hätten um maximalen Nutzen erst Gormick machen sollen um den Minion da wegzukriegen und so aber das ist nichts Spielentscheidendes so gut wir wir laufen weiter durch das ist sehr schön aktuell Platz 1146 liegt in erster Linie an unserer Defensive ne rostiger Nagel poppul friktion batman returns ok gut hier können wir noch die Kiste einsammeln wintermantel ok alles klar gut Freunde dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao und wir sehen uns im nächsten Video